Wir befinden uns an der Produktion von La Diagonela. Es ist ein FISMA Ski Classic Rennen aus einer weltweiten Serie. Die Herausforderungen haben für uns vor allem in der Logistik gelegen. Unter anderem unsere Sattelschlepper hierher zu bekommen, auch das Material hierher zu bekommen. Die grosse Schneemengen hier waren die Herausforderung natürlich für die Crew, für das Material herher zu kommen. Also einfach allgemein Transport und Logistik. Dieser Vertragungswagen macht hier in La Diagonela High Definition Fernsehen mit allen Kameras. Normalerweise produzieren wir aber mit diesem Auto die Reichweißen Super League, die erste Fußballliga in der Schweiz, in UHD HDR. Die Vorbereitungen für dieses Event waren schon im Vorfeld sehr gross, sodass man natürlich, wenn man vor Ort ist, viel weniger zu tun hat. Wir haben immer noch ganz viel zu tun, aber stark klar sind wir. Das ist eine אלige Kraft und, ebenso wheelievergeistungen für Kita K personas älte ourselves in der Arena. Das ist eine Ehregeschichte von Herrn Ich bin mein Beraid da Motivation in der Nähe Atmeng noch. Untertitelung des ZDF, 2020